Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Angela Ludwig. Ich bin Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft und leider in der letzten Woche etwas erkältet gewesen. Das hört man noch ein bisschen. Deshalb ist das Video heute ein wenig verschnupft. Ich helfe Menschen dabei mit den Methoden des Lean Managements und anderen Werkzeugen endlich wieder Ordnung in ihr Leben zu bringen. Endlich wieder freier zu sein, glücklicher zu sein und ganz einfach ein entspannteres Leben zu führen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann freue ich mich natürlich besonders über ein Abonnement meines Kanals. Vergessen Sie nicht das kleine Glöckchen zu drücken, sodass Sie immer auf dem aktuellsten Stand bleiben. Ich versuche hier derzeit so einmal in der Woche ein neues Video einzustellen und hoffe, dass ich Ihnen damit weiterhelfen kann. In dem heutigen Video dreht sich alles rund um das Lean Management Werkzeug des Kanban Boardes. Das heißt, was ist ein Kanban Board? Wie wird es normalerweise eingesetzt? Und wie hilft mir dieses Kanban Brett in meinem persönlichen Haushalt dafür, mich besser zu organisieren, ordentlicher zu leben und einfach ein bisschen entspannter zu sein? Also, legen wir los. Wie sieht das denn bei mir so aus? Nun, ich nehme Sie hier mal mit auf eine Reise bei uns direkt im Eingangsbereich. Also, ich gehe noch mal ein wenig zurück. Hier kommt man zur Haustür rein. Dann gibt es hier eine Kommode, wie immer. Hier gibt es unser Kanban Board. Und dieses Kanban Board besteht aus mehreren Abschnitten. Und normalerweise, wenn Sie sowas in einer Firma haben oder in einem Unternehmen, dann ist so der ganz große Klassiker, dass sich dieses Kanban Board unterscheidet in die drei Abschnitte. Was ist zu tun? Welche Aufgaben sind gerade in Arbeit? Und welche Aufgaben sind erledigt und fertig? Das haben wir hier jetzt nicht so extrem, aber ich möchte Ihnen einfach zeigen, was haben wir hier. Wir haben hier eine alte Tafel. Das ist so eine Klapptafel. Die ist teilweise magnetisch. Teilweise in der Mitte habe ich sie einfach mit simpler Kreidefarbe übermalt. Das heißt, Sie haben hier verschiedene Fächer. Sie könnten die theoretisch auch zuklappen. Und dann haben Sie hier so, ich schreibe da immer solche Motivationssprüche drauf oder Dinge, die man ändern möchte oder was auch immer. Aber in der meisten Zeit des Tages ist diese Tafel tatsächlich aufgeklappt. Und wir haben hier zum Beispiel in der Übersicht als allererstes mal einen großen Jahresplaner. Das ist jetzt das Jahr 2023. Wir sind hier ganz oben am Jahresanfang. Und da sieht man so die wichtigsten für mich natürlich. Ich bin Mutter. Da sind Schulferien drauf. Da ist wichtig, ich habe hier zum Beispiel Mitte Juni habe ich eine große Dachkonferenz in München. Das sind so Termine. Die sind auf jeden Fall wichtig. Ein Kalender ist immer gut. Und hier unten drunter, da sieht man dann verdeckt natürlich jetzt Online-Video. Die Stundenpläne der Kinder, beziehungsweise sofern ich sie dann habe. Oder auch wichtige Termine für die Kinder. Das heißt, wir wissen jetzt, die Weihnachtsferien waren. Und bei meinem Sohn beginnt die Intensivprobenphase für sein Theaterspielen. Solche Sachen. Das heißt, die Kinder können auch jeden Tag kommen und schauen, was habe ich denn heute? Wann habe ich Sport? Habe ich Musik? Was auch immer, wenn sie Schulranzen packen. Alles hier auf diesem einen Ding. Hier in der Mitte ist so das Herz dieses Kanban-Boards bei uns. Das heißt, da habe ich für zwei Wochen, von Sonntag bis Sonntag, zwei Wochen vorgegeben. Diese Linien, die lassen sich auch nicht wegradieren. Das ist mit so einem weißen Edding-Stift einfach aufgezeichnet. Das ist dauerhaft. Und der Rest wird mit Wachsstiften geschrieben. Und Sie sehen, wir haben hier verschiedene Abteilungen. Also das eine ist für mich. Dann, ich bin geschieden. Da gab es mal einen Vater dazu. Es gibt die zwei Kinder. Dann gibt es Geburtstage, Events. Also da steht zum Beispiel hier, steht noch gar nicht drin. Kann ich das mal live machen. Nächstes Wochenende findet die CMT statt. Das heißt, Samstag, Sonntag trage ich hier jetzt einfach ein. Da möchte ich auf jeden Fall auf die CMT gehen. Und dann wissen meine Kinder auch schon immer, wenn sie kommen. Ah, okay, am Wochenende findet die CMT statt. Dann haben wir hier einen Essensplan. Den kann man ausfüllen, wenn man möchte. Da weiß ich so ungefähr, was ich kochen möchte. Und dann kann ich dementsprechend auch das Einkaufen planen, was hier auch notiert ist. Das heißt, gibt es besondere Hausarbeit, wie jetzt zum Beispiel das Thema Fenster putzen oder so. Wenn ich das vorhabe, dann schreibe ich mir hier einfach rein, dass ich am Freitag die Fenster putzen möchte. Hier auf der rechten Seite zeige ich jetzt nicht so im Detail. Da finden sich zum Beispiel die ganzen Klassenlisten der ganzen Schüler mit den Telefonnummern der Klassenkameraden. Und was genauso wichtig ist oder sehr wichtig ist, das ist jetzt dieser Part noch zu tun. Das heißt, hier finden wir zum Beispiel von unserem Campingurlaub dann im Sommer finden wir noch die Rechnung, die ich zu bezahlen habe, bis drei Wochen vor der Ankunft ist diese zu tätigen. Und dann habe ich hier ein kleines Mäppchen. Das war mal alles Gute zum Geburtstag. Da sind so verschiedene, wenn wir hier zum Beispiel mal Gutscheine für die Bokons Hollern, haben wir hier eine Freikarte gewonnen oder Kinogutscheine. Oder was auch immer man dort für Gutscheine, Einladungskarte, Events. Also alles, was noch zu tun ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Kindergeburtstag ein Geschenk kaufen muss, dann schreibe ich mir nicht irgendwo in eine To-Do-Liste, ich muss noch ein Geschenk kaufen. Nein, dann kommt hier an diese Seite dorthin, kommt die Einladungskarte für den Geburtstag dran. Und da ich hier ja jeden Tag, dort hinten sind Badezimmer und Küche, jeden Tag daran vorbeilaufe, weiß ich natürlich auch, ah ja, das ist wie so der Never-Ending-Reminder, ich muss noch diese Rechnung bezahlen und ich muss dieses Geschenk für die Einladung besorgen. Und sobald diese Termine oder Aufgaben eben erledigt sind, ich stehe hier so weit hinten, weil hier kommt sofort die Wand, kann man nicht so gut filmen. Ich kann es mal versuchen. So. Und weil diese Termine dann sofort erledigt sind, brauche ich keine extra To-Do-Liste und das macht mir das Leben wieder einfacher. Was jetzt zu diesem Plan dazugehört ist, dass sich, wenn Sie mehrere Familienmitglieder haben, dann lohnt es sich hier unten theoretisch, also sonntags am besten oder wann auch immer. Sie können das hier auch in der Mitte der Woche, Entschuldigen Sie, ich bin noch nicht so ganz erkältungstechnisch fit anscheinend, können Sie das in der Mitte der Woche, bietet es sich an, einen einmaligen, das sind so 15 Minuten, ich nenne das mal einen Familientermin zu planen, an dem Sie die wichtigsten Termine für die kommenden zwei Wochen besprechen. Und den Rest, den es zu diesem Kampanbord zu sagen gibt, möchte ich Ihnen einfach jetzt nochmal so frei zusammenfassen. Das heißt, dieses Kampanbord hat jetzt natürlich nicht diese Abteilungen in Arbeit, muss erledigt werden oder also ist zu tun in Arbeit und ist erledigt, weil was erledigt ist, ist schlichtweg auf diesem Kampanbord nicht mehr drauf. Ich wische tatsächlich auch alle zwei Wochen diese mit Kreide geschriebenen Termine weg, sofern es nicht irgendwelche Dauertermine sind, das funktioniert ganz gut. Und jetzt liegt es eben an Ihnen, das ist immer so das Thema, wenn man in die Wohnung reinkommt, werde ich manchmal gefragt, ja, wo machen Sie das denn eigentlich hin, so Rechnungen, die ich bezahlen muss oder wenn ich Einladungskarten habe oder so, wo soll ich denn das sammeln? Und da ist tatsächlich mein ganz großer Tipp, schaffen Sie sich so ein Kampanbord an. Ich habe in meiner Videobeschreibung unten einen Link, einen Affiliate-Link zu zwei Tafeln oder eben zwei Links zu zwei Tafeln, die Sie bei unserem liebsten Großwarenhändler bestellen können. Es wird dafür nicht billiger für Sie, ich verdiene ein paar Cent. Die sind so ganz gut. Meine Tafel persönlich habe ich bei Ebay Kleinanzeigen gefunden gehabt, weil die halt irgendeiner für 5 Euro verkauft hat. Ich habe sie dann weiß gestrichene und mit Tafelfarbe bearbeitet. Das kann jeder machen, wie er will. Die zwei, die ich unten verlinkt habe, die können Sie sofort verwenden. Die finde ich so auch ganz gut. Der beste Ort für diese Tafel ist tatsächlich der Eingangsbereich in einer Wohnung. Das heißt, ein Bereich, wo Sie täglich vorbeikommen. Ich habe jetzt einen anderen Kunden. Da ist das so, dass Sie das im Eingangsbereich nicht haben wollen. Da haben die aber einen Punkt in der Küche. Also die Küche ist auch ein sehr gut geeigneter Ort dafür. Nur meine Küche wäre zu klein, um da dieses Brett hinzuhängen. Hier passt es ganz gut. Und da kann man das natürlich auch in der Küche so irgendwo neben dem Kühlschrank oder wo auch immer Sie an der Wand Platz haben. Sie sollen auf jeden Fall schon ein wenig Platz dafür einplanen, weil manchmal hängen da natürlich mal mehr oder mal weniger Zettel dran. Und dann ist eigentlich die Aufgabe, die Sie nur haben, so einmal in der Woche, alle zwei Wochen, diese Zettel, die dort hängen, einfach nochmal prüfen. Ah ja, kann ich vielleicht die Campingurlaubsrechnung jetzt schon bezahlen? Und dann kann die da weg. Dann kann die da wirklich weg. Oder wenn Sie logischerweise so einen Gutschein aufgebraucht haben, wenn Sie jetzt im Kino waren oder wie wir auf der Burg und Solland, dann erledigt sich das ja von selber. Dann ist der Gutschein weg. Und wenn Sie eine neue Einladung bekommen, da hängt zum Beispiel jetzt ein paar Wochen lang die Einladung zum Verabschiedungsgottesdienst unseres Pfarrers. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, kommt die Einladung weg, erledigt. Das heißt, Sie sparen sich damit auf einen Schlag auch wieder dieses Thema To-Do-Liste und To-Do-Listen-Einträge. Da bin ich sowieso kein großer Freund von, sondern Sie haben sozusagen die To-Do-Liste jeden Tag mehrmals am Tag vor Auge und können sich damit einfach wesentlich besser organisieren. Und ein anderer riesengroßer Vorteil ist eben, dass die anderen Familienmitglieder sich auch selbst organisieren können, ohne sie ständig fragen zu müssen. Also mich würde das ja auch nerven, wenn meine Kinder jeden Tag kommen, Mama, was gibt es heute zu essen? Oder Mama, kann ich am Wochenende? Und dann sehen die da, oh nein, da steht schon CMT. Ja, dann müssen sie auf jeden Fall Rücksprache halten, ob sie da eine Freundin besuchen können oder nicht, weil anscheinend ist da am Wochenende was geplant. Also das ist auch das Thema Kommunikation innerhalb der Familie, kann dadurch wesentlich verbessert werden. Und das sind so die größten Vorteile, die ich an diesem Kanban-Board zu Hause sehe. Sie können sich das unheimlich individuell gestalten, aber das ist für mich so, dass ich sage jetzt mal so das Gängige oder das funktioniert am besten. Und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, dann habe ich dazu ein ganz, ganz kleines Kapitel in meinem Buch Lean Management für Familien geschrieben. Auch dazu finden Sie den Link nochmal unten in der Beschreibung. Und wenn Sie mehr zum Thema Lean Management im Haushalt wissen wollen oder einfach Fragen haben, Wünsche haben, dann freue ich mich sehr, wenn Sie das in die Kommentare schreiben, weil aktuell kann ich da natürlich drauf eingehen. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Wenn Sie da also besondere Wünsche haben oder Fragen haben, wie Sie sich irgendwie organisieren können oder was Ihr größtes Problem dort ist, ob es da eine Lösung aus dem Bereich gibt, dann schreiben Sie mir das einfach unten in die Kommentare oder schicken Sie mir eine E-Mail an die info-at-frauordnung.de und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wünsche Ihnen einen guten Tag und allen, denen es so ähnlich geht wie mir, eine gute Besserung. Hier war die Angela Ludwig, Ihr Professional Organizer und Ordnungscoach aus Leidenschaft. Wenn Sie noch mehr über das Thema Lean Management zu Hause wissen wollen, wie Ihnen die Methoden und die Werkzeuge des Lean Managements im Haushalt helfen können, dauerhaft für Ordnung zu sorgen, entspannter zu leben und sich einfach besser zu organisieren, dann lade ich Sie recht herzlich zu meinem Online-Live-Webinar ein. Dort werde ich Ihnen anderthalb Stunden lang Rede und Antwort stellen rund um das Thema Wie organisiere ich mich zu Hause? Was kann ich besser tun? Wie kann ich das in der Familie besser umsetzen? Und so weiter und so fort. Dieser Kurs findet zweimal im Monat statt, einmal vormittags, einmal abends und alle Informationen dazu erhalten Sie auf meiner Website unter www.frauordnung.de Dort erfahren Sie alles rund um, wie Sie den buchen können, welche Termine es gibt. Es sind alle Termine für das Jahr 2023 bereits online. Es gibt keine Mindestteilnehmerzahl, zumindest nicht bisher. Das heißt, wenn Sie weiteres Interesse daran haben, dann schauen Sie gerne auf meiner Webseite vorbei, schauen Sie sich den Kurs an und ich freue mich, Sie ganz persönlich kennenzulernen und Ihnen einfach helfen zu können, dass Sie sich ein bisschen besser organisieren, wie Sie das Thema Lean-Management zu Hause umsetzen können, damit Sie einfach ein bisschen ordentlicher leben können. Herzliche Grüße!